So, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und Gott weiß, wer uns jetzt hier gerade mitbekommt. Herzlich willkommen. Es ist wieder soweit und ich habe so langsam das Gefühl, dass wir in alte Beständigkeit zurückkehren, denn man hätte es kaum geglaubt, man hat das Ende schon vorausgesagt und jetzt sind wir schon wieder im wöchentlichen Takt pünktlich, so wie wir es eigentlich auch besprochen haben. Das ist der Elektro-Ghetto-Podcast mit mir, Bushido und Marvin Kalifornier, direkt aus Amerika. Marvin, wie geht es dir? Mir geht es bestens. Du bist natürlich auch willkommen. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Du siehst auf jeden Fall auch gut erholt aus. Ich glaube, der Tag ist gekommen, um zu bleiben. Du machst immer noch Business im Pool im Sonnenschein, so wie es aussieht. Ja, safe. Und Sonntag dann auch Grillen mit Musa zusammen im Garten. Ich habe mir tatsächlich so Regen schon nehmen müssen, um dann am Barbecue nicht komplett zu verbrennen. Aber morgen ist auch schon wieder fest eingeplant, im Pool. Heute leider nicht. Hat heute ein bisschen was zu tun, ein bisschen Rennerei. War hier so bei den Behörden und war sogar beim Gericht hier vor Ort. Hast du was angestellt? Nö, aber ich musste so ein paar Sachen beglaubigen lassen und sowas alles. Und es ist halt so krass entspannt. Es ist, Alter, es ist, man kann es, also es ist, ich will auch gar nicht immer wieder so über Dubai reden und wie cool Dubai ist. Und dann, das ist so ein bisschen so, wie wenn du jemandem, der Hunger hat, irgendwie zeigst, wie viel und wie gut du essen kannst und er halt nicht. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen so nicht so cool, immer darüber zu sprechen. Aber so halt als Deutscher und immer noch derjenige, der immer noch so deutsche Abläufe im Blut hat, ist es halt immer noch krass. So, dann bin ich da fertig und dann bin ich mit meiner Frau noch Sushi essen gefahren im Finanzviertel hier. Und dann bin ich so an die Schranke gefahren und dann musste ich noch 10 Dillern zahlen, weil ich war irgendwie zu lange beim Sushi essen. Und dann meinte ich so, okay, kann ich den Wagen kurz hier stehen lassen? Er so, nee, das geht nicht. Aber du kannst mir 10 Dillern geben, ich gehe für dich bezahlen. Und dann ist der Typ einfach losgelaufen. Ja, was soll ich hier sagen? Dubai einfach absolut stark. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Wir haben letztlich nicht so viel Festes, was wir, glaube ich, miteinander besprechen wollen. Wir haben heute so ein bisschen Bock, glaube ich, gehabt, die Community mal zu Wort kommen zu lassen. Das bedeutet, wir haben diverse Fragerunden gestartet. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch in meine Instagram-App reinkomme. Und dann geht es heute primär um Fragen aus der Community. Ich habe hier eine Frage und zwar von, ich fick doch so ein Profil. Also entweder meint er das wirklich ernst oder er hat sich wirklich für diese Frage ein Profil erstellen lassen. Hip-Hop-Lover69. Oh Gott, Alter. Okay, Hip-Hop-Lover69 will wissen, kommt ein Classic 2 mit Shindy? Okay. Ich denke mal, das sind doch Fragen, da geht es ans Eingemachte. Ja, let's go, Alter. Dann plaudern wir aus dem Nähkästchen, was ist der Stand der Dinge da? Genau, also ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich will die Sache nicht größer machen, als sie ist. Fakt ist, Shindy und ich haben einen sehr, sehr guten Kontakt. Und der nächste Fakt ist, nicht nur jetzt letztes Jahr nach meinem Gastauftritt bei ihm in Köln. Und da haben wir heute auch schon miteinander gesprochen und ich will auch noch an das Instagram-Posting von mir erinnern, Classic. Ich bin einfach ehrlich, wir haben über einen zweiten Teil gesprochen und wir sind uns eigentlich relativ einig, was so dieses Album betreffen könnte. Ja, also alle Sachen, die man so im Vorfeld regeln muss, sind geklärt. Was ich vor allem auch sehr cool finde, ist auch die Tatsache, dass auch beide Anwälte, also Shindys Anwalt, meine Anwältin an dieser Stelle, liebe Grüße an Frau Betzenberger, die haben halt auch schon mal so auf juristischer Ebene miteinander gesprochen. Das heißt, das geht schon ein bisschen weiter als dieses so, hey Bro, lass mal irgendwann essen gehen. Das geht schon in Planung der Einheit, genau. Und irgendwann, keine Ahnung, der eine kifft zu viel, der andere ist zu viel auf Reisen und dann vergisst man das einfach und dann so, oh krass, ich wollte mich vor sieben Monaten mal mit jemandem treffen, hat nicht funktioniert. Auch so wie einige Features bei mir auf dem Album, du weißt, wovon ich rede. Und deswegen fand ich es ganz cool, dass wir von dieser persönlichen Ebene, also Shindy und ich waren uns einig und wir hatten Bock gehabt und so, gesagt, okay, lass uns gucken, ob wir das hinkriegen. Und wussten aber beide, wir sind oder waren oder ich vor allem jetzt war und Shindy ist momentan natürlich auch in einer sehr beschäftigten Phase. Er hat jetzt bei Universe unterschrieben, er ist bei Nefi jetzt unter Vertrag und ich selber war ja jetzt auch Album, Tour, Auftritte, Open Air und ich habe ja aufgezählt, was noch die nächsten Wochen, Monate ansteht. Und deswegen hat das momentan nicht so richtig funktioniert. Ich sage nur so viel, also er und ich, wir sind uns einig, wenn ich noch ein bisschen weitersprechen darf, ohne da jetzt wirklich einfach irgendwie zu viel zu erzählen. Ich habe diesbezüglich auch schon mit Nefi telefoniert, also nach langer, langer Zeit habe ich auch mit Shindys, ich sage mal, Vertragspartner gesprochen. Und die wissen von unseren Plänen, klar ist, Fakt ist, Shindys erstes Album bei Universe ist absolute Prio, völlig in Ordnung, sehe ich natürlich auch komplett ein. Ich bin ja auch Geschäftsmann ein Stück weit und ich weiß natürlich, wenn ich Shindys seine, möchte ich natürlich erstmal auch das bekommen, was ich auch so erwarte. Aber wir haben ganz klipp und klar letzte Woche miteinander besprochen, also entweder wird Universal das Album machen oder Shindy bekommt die Freigabe, das Album machen zu dürfen. Und das ist natürlich schon ein immenser Erfolg in diesen, ich sage mal, also noch konkreter kannst du Stand heute nicht über dieses Album sprechen. Ich bin beschäftigt, Shindy ist beschäftigt, er muss jetzt erstmal seine Singles, seine Songs, sein Album hinbekommen, er muss das Album bei Universal releasen, das ist sein erstes Universal Album nach der ganzen Sony-Zeit, nach der Erstguter Junge-Zeit, beziehungsweise nach der AMF-Zeit in der Schweiz. Ja, man muss ja korrekt sein, wenn man über diese Dinge spricht. Korrekt ist korrekt. Genau, aber wie gesagt, wir sind uns persönlich einig, wir haben Bock drauf. Ich hatte gestern Abend, genau gestern Abend haben wir noch gesprochen und es ist wirklich so, dass wir natürlich auch wissen, dass es auch natürlich wirtschaftlich natürlich ein riesen Boom wäre, wenn wir beide Classic 2 machen würden. Aber wir haben auch beide gesagt, unabhängig von den wirtschaftlichen, ich sage mal, theoretischen Einnahmen haben wir persönlich Bock drauf und das fand ich sehr, sehr cool. Das heißt, sowohl er als auch ich sehen würden dieses Projekt nicht nur irgendwie finanziell sehen, so wie jetzt beispielsweise in 23 mit Sido oder sowas. Da war natürlich auch der finanzielle Aspekt natürlich ein ganz großer Schubser in diese Richtung. Man kann es nicht behaupten, dass Sido und ich jetzt jemals irgendwie so riesengroße Freunde gewesen sind. Ich denke mal, da hat man sich zusammengeschlossen für ein Projekt. Ist doch alles in Ordnung, aber ich denke mal auch, dass man schon so ein bisschen gespürt hat, dass das eher so ein Zusammenschluss war, weil man da halt irgendwie auch voneinander halt profitiert hat und miteinander halt irgendwas hinbekommen hat. Ja, mit Cash-Gauer, die gemolken werden musste, ne? Ja, aber trotzdem haben wir auch Spaß gehabt und so und die Videos mit Spectre und auch in Kiew, so mache ich das so drehen, das darf man nicht. Das Video war Killer, das stimmt, ja. Ich wollte gerade sagen, also bis heute noch, ne? Ich meine, Shares of Spectre und die alle, aber da kann man nicht davon sprechen, dass wir da keinen Bock und keinen Spaß und auch nichts, was krass geleistet haben und so. Aber zwischen mir und Shindy ist es eine ganz andere Ebene und noch einmal, wir sind nicht die Bros, die jeden Tag miteinander rumhängen, aber wir respektieren uns, wir haben alles soweit aus der Welt geschafft und wir sind uns einig, dass wenn er dann jetzt mal irgendwann ready sein würde, könnte, dass wir uns schon doch relativ konkret auch an ein weiteres Album, ein gemeinsames Kollabo-Album setzen können und wir haben das mit Universal geklärt und da muss man halt schauen, wie es sich und vor allem wann es sich ergibt, aber dieses Projekt ist wirklich komplett ohne Druck, ohne Zeitfenster, ohne, ja, im Januar oder im Dezember oder im März oder was, überhaupt nicht, ne? Aber die Idee, die ist am Start und die ist eigentlich schon viel konkreter als einfach nur eine Idee für uns beide und von daher alles cool. Geil. Ich sag dir auch ganz ehrlich, Entschuldigung, das war auch ein Grund, viele haben halt Shindy auch auf dem Album bei mir vermisst und wir haben auch über ein Feature gesprochen und wir haben auch ganz konkret über ein Feature gesprochen, wir haben sogar auch schon Beats ausgetauscht und so weiter und so fort. Wir haben uns letzten Endes dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wenn wir den ersten gemeinsamen Song nach so vielen Jahren und vor allem nach all diesen Geschichten, die in diesen Jahren oder nach unserer Zusammenarbeit halt wirklich auch passiert sind, ja, diese, ich sag mal, Post-EGJ und Post-AMF-Zeit, ja, diese Geschichten, diese Zeugenaussagen, diese verschiedenen Parteien, die natürlich auch an Shindy gezogen haben, die auch an mir gezogen haben und so, ne? Also nach all dem, was da so passiert ist, waren wir uns dann einfach wirklich beide auch einig, dass wir gesagt haben, also wenn wir einen gemeinsamen Song machen, dann für ein gemeinsames Projekt, so. Das muss knallen, das muss einfach so absoluter Schock sein und deswegen haben wir uns beide darauf geeinigt, dass wir das halt jetzt nicht, klar hat Diggi, wäre für mein Album natürlich krass, würde für sein Album auch krass sein, aber ich denke mal, letztendlich heben wir uns das für eine eventuelle Zusammenarbeit in der Zukunft auf. Ein erstguter Junge, 1995, fragt, was ist der Unterschied zwischen Hip-Hop-Charts und deutsche Charts? Bekommst du? Was steht da? Bekommst du? Ja, und dann ist es vorbei. Bekommst du? Bekommst du oder bekommst du nicht? Nicht kommst du, bekommst du. Achso, bekommst du. Bekommen. Ja. Vielleicht bekommst du eine Nummer 1 Award, weil du es auf Platz 1 in den Hip-Hop-Charts geschafft hast, war wahrscheinlich die Frage. Das kann natürlich gut sein. Also ich versuche es dir mal ganz kurz zu erklären. Also wir haben natürlich sozusagen die Main Charts, das sind die offiziellen deutschen Charts, GFK. Da sind alle möglichen Musik-Genres drin. Da ist Volksmusik, Rap, Pop, Techno, Jazz, Klassik, alles ist da irgendwie mit dabei. Ich weiß nicht, es gibt auch so Jazz- und Klassik-Charts, vielleicht labere ich auch scheiße. Ist auch egal. Jedenfalls gibt es diese großen Main Charts, das ist so wie Bundesliga. Und dann hast du natürlich praktisch nochmal eigene verschiedene Genres zusammengefasst. Also Hip-Hop und dann auch Jazz und Klassik und so. Also Klassik und sowas alles. Und deutschlandweit hat das Album den Platz 2 bekommen und Hip-Hop-technisch ist es auf Platz 1. Das ist der Unterschied zwischen den deutschen und den Genre-Charts. Also relativ einfach eigentlich. Kanntest du die Jungs, die auf 1 gechartet sind? Nee, kann ich nicht. Doch, nicht, Alter. Roy Bianco und die Abbrunzati-Boys oder so, ne? Ja, aber ich weiß, warum die auch... Ja, genau, der Punkt ist der, die haben was relativ schlaues gemacht, was ich nicht machen konnte. Die haben, du kannst mittlerweile Live-Tickets an dein Album koppeln. Das heißt, wenn du Tickets verkaufst, kannst du das mit in die Album-Platzierung rein zählen lassen. Das heißt, du bundlest das so ein Album digital und eine Konzertkarte oder was? Das ist ja genial. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das Bundle jetzt nun final aussieht. Ich weiß jetzt nicht, ob du praktisch ein Konzert-Ticket und ein Album bekommst oder ob du die Möglichkeit hast, das Ticket praktisch dem Album einzugliedern oder so. Ich weiß nicht, wie es läuft. Jedenfalls war das bei mir im Gespräch, als ich noch nicht wusste, wann das Album erscheint. Und ich habe es ja dann auch noch einmal verschoben. Ich glaube, ich werde jetzt auch keinen Scheiß reden, aber ich sage mal mit meinem gefährlichen Halbwissen, zwischen Album-Release und Tour dürfen maximal, glaube ich, im Monat liegen. Es muss in einem vier Wochen-Monat-Fenster sein. Smart, die Burschen. Genau, und die haben dann praktisch umsatztechnisch natürlich mehr als ich gehabt, dadurch, dass die ganzen Konzert-Tickets noch mit reingekommen sind. Im Streaming und mit allem drum und dran war ich viel weiter. Ich habe ja die einzelnen GFK-Umsatz-Charts bekommen, aber letztlich haben dann die Tour-Tickets dazu geführt, dass wir auf Platz 1 sind. Und alles cool, Alter. Wie gesagt, also noch einmal, ich bin mega entspannt. Album ist trotzdem bis heute, glaube ich, so das erfolgreichste Hip-Hop-Album charttechnisch. Und Resonanz ist gut. Wir haben das mit den Awards in den Griff bekommen, jetzt innerhalb von einer Woche. Es ist Ruhe eingekehrt. Ich habe, lustigerweise, darf man ja auch gar nicht so sagen, aber da wir ja praktisch ja auch die Awards ja nochmal neu produzieren müssen, habe ich ja praktisch jetzt noch in Fenster, glaube ich, bis zum, ich glaube, bis nächste Woche oder so, haben wir, glaube ich, noch, da haben die Leute Zeit, sich noch einen Award-Album-Box, Epic-Box zu bestellen. Da habe ich auch nochmal tausend Dinger weggehauen. Also neue, tausend neue Bestellungen. Mit richtigem Logo diesmal, aber von Anfang an, ne? Inshallah. Nimm's einfach runter, nimm einfach dieses scheiß B runter. Ich mache das Logo komplett, ich mache so Blanko-Plakette, jeder kann sich selber draufschreiben, was er will, Alter. Und so einen schönen, so einen Metallik-Stift, weißt du, wo du so selber draufschreiben kannst, man fickt euch mal. Dann hast du so ein Edding mitliefern, so, ey, hier, schreib drauf, was du willst, Alter, hast du nicht in Ruhe. Ja, oder ein Radiergummi noch, Bleistift und Radiergummi, dann, falls du dich verschreibst, kannst du nochmal wegradieren. Ja, ich habe jetzt auch nochmal, keine Ahnung, tausend Boxen weggehauen, also kann sein, dass ich dann im August, wenn die Sachen ausgeliefert werden, dann einfach nochmal charte, also alles gut. Vielleicht reicht es dann für die Eins, genau. Ja, egal, wenn ich dann nicht so. Wenn ich dann nicht, genau. Ich habe eine Frage, damit wir das auch wirklich auch mal ernste oder, ich sage mal, seriöse Inhalte noch klären können. Beckhamdk32 fragte, bin ich der Erste und nicht der Letzte? Wer war das letzte geplante Feature auf dem Album? Ja, das ist auch auf jeden Fall eine anständige Frage und absolut korrekt, deswegen gerne auch beantwortet auch an dieser Stelle von mir. San Diego sollte auf dem Album dabei sein. Ich habe mit San Diego einen relativ guten Kontakt gehabt durch, ich sage mal, auch guter Zuarbeit seitens Marvin, weil ich wirklich, ich hatte mal eine längere Zeit mit ihm zu tun gehabt und dann kam einfach so eine, der hat mich halt einfach, wie nennt man das, ge-gaslighted oder sowas? Ja, kann man schon so sagen, so im Sinne von, jo, erst wird so suggeriert, man hat Bock was zu machen, einen coolen Song oder sowas und dann aber blieb es bei dem Vorhaben, sage ich mal. Das ist bei San Diego ja sowieso mittlerweile fast schon auch so, glaube ich, ein Running Gag auch so bei seiner Community, dass die Leute einfach warten auf Output. Das letzte Output von ihm war halt dieses, dieser Scheiß-Song hier mit Mois halt, dieses Bratza-Bratza. Aber 2017 war das letzte Album mit mir gemeinsam, mit Back Friday, ne? Nee, 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 danach kam noch eins. Danach kam Doppelalbum Yellow Bar Mitzwa. Ah ja, Yellow Bar Mitzwa. Ich glaube, das war aber auch schon wieder drei Jahre her oder so. Also es ist der Wahnsinn, ja, wie gesagt. Und dann kam dieses Mois-Signing, wo er sich wahrscheinlich auch erwartet hat, dass das voll durch die Decke geht, ja. Und dann ist das halt überhaupt nicht angekommen. Und dann haben die sich ja dann, wie man ja mittlerweile auch weiß, jetzt auch schon wieder verkracht und alles, ne? Und dann knallt es an allen Ecken und Seiten und ja, alles, was fehlt, ist halt Output, ja, des sogenannten Label-Chefs. Und Juri ist jetzt offiziell auch nicht mehr auf BBM, ja, macht ja jetzt sein eigenes Ding. Und ja, schade halt, ne? Weil logischerweise eine musikalische Zusammenarbeit von euch hätte das Ganze sicherlich nochmal mit einem kleinen i-Tüpfelchen hier nochmal aufgewertet hat, das Ganze, ne? Auf jeden Fall. Also ich denke mal, so ein Feature war schon längst überfällig. Ich habe bis heute nie irgendwie Stress mit San Diego gehabt. Noch einmal, er hat mich zu einer Zeit einfach geghostet und ich habe es einfach gar nicht verstanden, weil wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt gehabt. Wir haben auch schon wirklich ein paar Pläne geschmiedet und dann auf einmal war es weg. Und dann wollte ich jetzt aber auch nicht so einen riesen Stress machen, ja, warum und warum, warum? Und du weißt selber, du hattest ja auch nochmal mit ihm gesprochen und dann haben wir einfach praktisch ohne uns das irgendwie vorzuhalten einfach nochmal gestartet, ja, wollen wir was machen? Ja, okay, lass uns. Und ich habe ihm auch schon ein Beat geschickt, ein sehr, sehr nicer Beat. Der ist also wirklich schade, dass der praktisch auch nicht auf dem Album gelandet ist. Also der Beat, der für das Feature war, der ist auch nicht auf dem Album gelandet, oder was? Nee, der ist nicht auf dem Album gelandet. Das war ein Beat, den habe ich praktisch reserviert. Ich habe ihm einige geschickt, hat den gepickt, hat mich sehr gefreut, fand ich sehr, sehr nice. Und ja, und dann ist es halt einfach nicht passiert und dann ist er halt nicht aus dem Arsch gekommen, so wie er halt ist. Ich meine, ich will jetzt auch nicht groß, ich will auch nicht schlecht über ihn reden oder so, aber wer ihn kennt, der wundert sich nicht, dass es nicht zu einem Feature gekommen ist, sagen wir es mal so. Ohne, dass es jetzt Streit gab oder so. Von meiner Seite aus sowieso nicht an dieser Stelle. Liebe Grüße an San Diego. Aber die hier, hat nicht funktioniert, ist ja auch sein Problem. Ich meine, er ist nicht auf dem Album. Ja, ja. So, weißt du. Und mehr, also ich sage mal, du kannst auch niemanden zu seinem Glück zwingen. Wäre wahrscheinlich cool geworden, aber hat nicht funktioniert und dann ist es halt so. Deswegen einfach Schwamm drüber. Schwamm drüber und dann machen wir weiter. Okay, cool. Nächste Frage. KNBLM1 fragt, würde er sich als schwierigen Charakter beschreiben, so viele Freunde, die zu Feinden wurden? Das ist auch noch eine schöne, knackige Frage hier. Würdest du sagen, du bist ein... War das an mich gerichtet oder an dich? Hallo, also das ist ja wohl 100% gegen dich, ja. Wo habe ich denn viele Feinde und wo bin ich ein schwieriger Charakter? Ja, ich bin ja sowas von leicht zu handeln. Ja, also eigentlich, wie soll ich das sagen, Alter. Schwieriger Charakter weiß ich nicht, ob man per se sagen kann, schwieriger Charakter. Ich sage mal, eher so ein spezieller Charakter. Ich habe einfach Dinge, darauf lege ich Wert. Es gibt Dinge, die möchte ich nicht und das verlange ich auch einfach auch von Leuten. Ich glaube, ich bin auch jemand, der sich auch nicht scheut, jemandem etwas auch, ich sage mal, kritisch auch vorzuhalten, aber trotzdem auch weitermachen zu können. Ich würde mal sagen, guck mal, das Problem ist natürlich, wenn du halt diese EGJ-Vergangenheit dir anguckst, Digga, Alter, wer war denn da jetzt großartig befreundet, Alter? Weißt du, ich meine, und die auch untereinander, eigentlich auch immer nur dieser Hass, den sie gegen mich hegen und dieses so aus der Versenkung wieder auftauchen und sich nochmal äußern wollen oder können oder auch sollen. Das hängt ja auch alles mit mir zusammen, weißt du, von denen war jetzt auch wie keiner großartig, mein Kumpel oder so. Ich meine, es gab Menschen, die haben mir geholfen. Ich habe die Hilfe immer, immer sozusagen vergolten. Also jetzt, ein Chaucer hat mir damals geholfen, ich konnte mir dort sein, ich konnte meinen Wohnsitz bei ihm anmelden und bin dann aus der U-Haft rausgekommen. Das habe ich ihm natürlich sehr gedankt, aber ich meine, guck mal, was ich für ihn gemacht habe. Ich habe seine ganze Karriere praktisch aufgebaut. Das heißt, all diese kleinen Gefallen, die sie mir getan haben, die sie wahrscheinlich auch freiwillig getan haben und auch ohne Hintergedanken auch geleistet haben, die haben sie aber in jeder, jeglicher Form wiederbekommen. Also egal, ob es jetzt Labelarbeit war, Geld, das sie verdienen konnten mit mir, Preise, die sie gewonnen haben. Guck mal, eure Kinder sind jetzt Gold. Ich meine, ja, Chaucer gibt da keinen Wert und drauf und so, er hätte ja auch gar keine von mir bekommen. Aber nichtsdestotrotz, er kann sich offiziell Goldrapper nennen und das hat er halt auch mir zu verdanken. Und letztlich denke ich mal, dass jeder, der seinen Teil zu einer gewissen Gemeinschaft dazu beigetragen hat, es zumindest, ich sage mal, auf der wirtschaftlichen Seite auch wiederbekommen hat. Die persönliche, emotionale Seite, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt zurückdenke, wirklich Freunde, Freunde, das war natürlich Dibo zu einer Zeit, in der es halt alles angefangen hat. Aber Dibo heutzutage, die brauchen wir nicht drüber reden, Alter, das ist der größte Chöp, der da draußen rumläuft. Also wer sich so verändert, also Leute werfen mir vor, wie ich so bin und werde oder wurde. Digga, Alter, so einen Typen wie Dibo verstehe ich bis heute nicht, aber egal. Das war vielleicht am Anfang ein Freund. Kay war definitiv ein Freund von mir und da muss ich auch sagen, dass mir das auch sehr leid getan hat, was da passiert ist. Ich bin auch froh, dass wir uns ausgesprochen haben. Das heißt, zwischen mir und Kay gibt es kein Beef, gibt es kein böses Blut und das war halt, weil er mir doch als Freund was bedeutet hat. Der Rest der Truppe, ja, so ganz ehrlich, was soll ich dir jetzt sagen, Alter? Sollen wir jetzt drüber reden, ob Ali Bumayi mein Freund gewesen ist oder auch ein Samra, der mich halt einfach verkauft hat und sowas alles. Deswegen muss man aufpassen zu sagen, du hast so viele Freunde verloren. Wirkliche Freunde habe ich, glaube ich, nicht so richtig verloren, weil so ganz echte Freunde im Musikbereich hatte ich nie gehabt. Ich habe mittlerweile gute Menschen, mit denen ich Sachen mache und auf die ich mich verlasse. Und ansonsten, Diggi, Alter. Was ist das so mit Leuten außerhalb vom Musikbereich, so Knossi oder Montana Black oder sowas? Ja, aber auch Knossi und auch Montana Black, Diggi, das waren doch auch nie meine Freunde. Also sagen wir mal ehrlich. Aber hätten es ja vielleicht werden können, ja? Nein, 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 nein. Freunde werden so auf so einer Showbiz-Ebene und so, nein. Also ich habe Knossi gefeiert, er war eine Zeit lang sehr, sehr witzig, weil er so war, wie er ist. Heutzutage feiere ich ihn halt einfach nicht mehr so. Er hat mir auch auf Tour geschrieben, hat gefragt, ob ich ihm Logenplätze umsonst klar machen kann. Ich habe gesagt, nee, gibt es keine Logenplätze in Mannheim. Und dann hat er auch nicht mehr geantwortet, so. Schön. Verstehst du, ich meine, so was sind das für Freunde, Alter? So.